Hi, herzlich willkommen bei Watted Food. Was gibt es geilere als Suppe? Jeder mag Suppe. Deswegen machen wir heute eine Blumenkohl-Suppe. Dann gibt es ein richtig schönes Topping dazu nachher mit Erdnüssen, Rosenkohlblättchen, bisschen frischen Meerrettich und unsere Honig-Knoblauch-Soße. Der muss halt jetzt geschnitten werden, die Blätter von dem Strunk weg, dann den Köpfchen auch, einen Köpfchen auf die Seite packen, den anderen Köpfchen und den Stiel, die Karotte, die Pastinakel, die Kartoffel und die Zwiebel anrösten, das ablöschen, ein bisschen Weißwein, die Flügel drauf, kochen lassen, herumixen. Soh, 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 soh. Soh, 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 soh. Soh, 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 soh Das ist geil mit dem Ohnichkloblauch. Voll geil.